Hi Leute, ich liebe dieses Wort einfach Leute statt Leute. Willkommen zurück hier in der höllisch glühenden Quatschfabrik. Ja, jetzt denkt ihr euch, das ist aber ein komischer Titel. Während ich jetzt diesen Talk aufnehme, weiß ich gar nicht genau, wie der Titel lauten wird, aber ich glaube, ich werde schon irgendwas cooles finden. Ich weiß noch nicht genau, welche Kategorie das Ganze beinhalten wird, da bin ich auch noch nicht ganz sicher. Aber was ich weiß ist, dass ich darüber sprechen möchte, und zwar, auch wenn es so ein bisschen Gotteslästerung irgendwie sein könnte, ich finde, man kann darüber sprechen, man sollte es auch ansprechen. Bevor ich zu dem Thema komme, ganz klarer Disclaimer, Lost Ark ist kein Action-RPG. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das weiß ich. Aber Lost Ark ist kein Action-RPG, was sich trotzdem ein bisschen so anfühlt und was für mich das perfekte Vorbereitungsspiel für Diablo 4 ist. Ich bin erst seit kurzem Lost Ark drin. Ganz kurz zu mir. Ich habe Lost Ark zum Release spielen wollen, habe es kurz gespielt, habe dann aber gesagt, nee, verdammt nochmal, der World of Warcraft Retail-Patch, damals noch in Shadowlands erscheint, der ist mir wichtig, da habe ich Bock drauf. Ich wollte wieder mit meinen Leuten ein bisschen zusammenspielen und habe gesagt, ja, dann verschieben wir das halt. Dann kam allerdings, dadurch, dass ich überarbeiten wollte an einem Apple-Rechner, bin ich in dem Sinne auf Apple geswitcht. Und naja, auf Apple ist in dem Sinne, ja, ist eben einfach nicht möglich, Lost Ark zu spielen und viele andere Spiele. Von daher war ich lange raus. Dann kam ungefähr Anfang dieses Jahres allerdings bei mir der Gedanke auf, Diablo 4 kommt, kommt nicht für Apple raus. Also musst du, egal wie, du musst deinen alten Windows-PC hinbekommen, dass du mit dem, in dem du zocken kannst und auch wieder streamen kannst. Das habe ich gemacht, das funktioniert einermaßen ganz gut. Dennoch überlege ich vielleicht, in Richtung neuen Rechner zu gehen. Weiß ich auch noch nicht, ist noch sehr fragwürdig alles, oder fraglich besser gesagt. Und von daher war ich länger Zeit raus. Und dann habe ich wieder angefangen, also zum Release hatte ich eine Bardin auf Level 26 gespielt und habe aber die Story nicht so ganz mitbekommen. Dann habe ich einfach mal, um wieder reinkommen zu wollen, einen neuen Charakter gespielt und habe den Dibson bis Level, ich glaube, 21 gespielt. Habe aber gemerkt, oh Mann, verdammt nochmal, jetzt hast du wieder mit der Story nicht aufgepasst. Und jetzt kommt es. Ich weiß, Lost Ark ist kein Diablo 4, das weiß ich. Ich weiß auch, Lost Ark ist kein Final Fantasy 14, das weiß ich auch. Und Lost Ark ist schon was Eigenes. Aber was ich an Lost Ark so feiere, und da komme ich gleich genauer drauf zu sprechen, ist, dass du eine richtig gute Story hast, die mich mitnimmt. Ich habe versucht, bei dem dritten Charakter jetzt wirklich bei der Main Story, also bei der Hauptkampagne, jede einzelne Quest zu lesen. Und immer dann, wenn es keine Sprachausgabe gab, in dem Sinne, das Ganze vorzulesen. Das heißt, die Leute, die jetzt hier auf YouTube sind, die werden sehen, wenn sie sich das anschauen, krass, der Typ liest ja wirklich jede einzelne Main Story, also sprich Hauptkampagne, Quest, Aufgabe in dem Sinne vor. Und ja, das mache ich. Weil das habe ich bei Final Fantasy 14 geliebt. Und ich finde dann, wenn man die Story ernst nimmt, ist Lost Ark ein gutes Game. Das Gameplay mag man mögen, viele Aspekte davon mag man mögen oder mag man eben nicht mögen. Aber für mich ist aktuell Lost Ark das perfekte Spiel, um mich auf Diablo 4 vorzubereiten. Weil Diablo 4, meiner Meinung nach, das hat man schon in der Beta gemerkt, vieles davon beinhalten wird. Diablo 4 hat eine ernst gemeinte, eine harte, eine wirklich durchdachte Story. Das haben wir schon in den ersten Stunden gemerkt. Diablo 4 hat interessante Charaktere, die vor allem nicht schwarz oder weiß geschrieben sind, sondern sehr grautonartig, was ich auch liebe. Und vor allem hat Diablo 4 dieses, ich sag mal, Monumentale, was man einfach spürt. Da geht es wirklich darum, um den Kampf zwischen Lilith und Inarius. Darum geht es. Das sind diese beiden großen Mächte. Und wir sind eigentlich nur Spielbälle. Auch wir Helden und Heldinnen und divers. Wir sind in dem Sinn nur Spielbälle zwischen diesen beiden großen Mächten. Und das feiere ich total. Und deswegen habe ich direkt zu Beginn meiner Coverage gesagt, meiner ersten Bewertung von Diablo 4, von der Beta, dass es das ist, was mich so mitgenommen hat, diese Atmosphäre, die Musik und die gesamte Story, diese Geschichte dahinter. Dass ich das ernst nehme, dass ich das nicht nur als lapidar hinnehme und mal sage, naja, ist halt dazu da, irgendwie ein bisschen so ein Setting darzustellen. Nein, nein, für mich ist das ein wichtiger Bestandteil von Diablo 4. Und das sehe ich gerade im Hinblick auf Lost Ark genauso. Ich habe Final Fantasy 14 deswegen so geliebt, weil dort die Story mit mir alles gemacht hat. Die hat mich zum Lachen gebracht, teilweise echt zum Weinen gebracht. Es gab wirklich Momente, da war ich wirklich kurz davor zu weinen, weil diese Story einen so mitgenommen hat. Weil diese Charaktere so ernst, so real und so einfach so liebevoll gestaltet wirken. Und so ein bisschen, ich bin jetzt, ich glaube, Level 34, bin ich jetzt mit meinem Charakter, ich versuche wirklich jeden Abend zu spielen. Ich streame im Moment auch jeden Abend, live auf Twitch. Und unter Quatsch spreche ich natürlich. Und lade in dem Sinne dann eben am nächsten Tag die VODs hoch, beziehungsweise eigentlich nur den Lost Ark Part. Gestern habe ich noch ein bisschen VOD dabei gespielt, vorher habe ich jetzt mal nicht hochgeladen. Das kann man sich auf Twitch zwar anschauen als VOD, als Mitschnitt, aber nee, das wollte ich diesmal nicht. Und von daher, ich genieße es einfach, eine Story zu haben, die für mich ernst rüberkommt, die mich mitnimmt und die dieses große Ganze in diesem präsentiert. Und ich weiß noch nicht genau wirklich, worum es in diesem Lost Ark Thema geht. Es geht ja um diese Archen und es gibt in diesen sieben Archen, das habe ich jetzt schon rausgefunden. Ich meine, das kann man ja wahrscheinlich spoilern. Ja, wie gesagt, mehr weiß ich noch nicht. Und es gibt in dem Sinne diese Dämonen-Champions und die versuchen uns in dem Sinne das Leben schwer zu machen. Denn die versuchen uns in dem Sinne so gegenseitig auszuspielen. Das merkt man halt schon relativ schnell. Und ich finde das trotzdem, finde ich das super. Und warum ich in diesem Talk unbedingt darüber sprechen möchte, ist, weil ich hoffe, dass ich diese Story-Dungeons, die ich in Diablo 4 bis jetzt okay fand, aber noch nicht herausragend gut fand, dass sich die hoffentlich so gut anfühlen. Weil als ich gestern diesen Dungeon gespielt habe und da musst du in dem Sinne einen Dämon bekämpfen und du läufst in dem Sinne so eine, das war so ein bisschen bei Game of Thrones, wenn ihr Game of Thrones kennt, in diesem Turm hinterher, in der, was war das, sechsten, nee, ich glaube der siebten Staffel war es, glaube ich. Genau, der siebten Staffel. In dem Sinne, du läufst halt so einen Turm hoch und wirst halt von so einem Dämon angegriffen und dann wird die Kammer, so nach dem Motto, komplett nach hinten in dem Sinne bewegt, damit du einfach dieses viel Größere und dieses Monumentale, dieses wirklich Epische mitbekommst. Und es hat so viel Bock gemacht. Ich habe diesen Dungeon das erste Mal direkt auf schwierig gespielt, also du kannst ja auf normal und auf schwierig spielen. Es hat so viel Spaß gemacht und ich habe so viel Spaß mit diesem Spiel gerade, weil ich mir immer vorstelle, ja, Diablo 4 kann genau das werden, Diablo 4 kann dir genau das geben. Und ich weiß, noch einmal, Lost Ark ist kein Action-RPG. Lost Ark ist ein MMO und Lost Ark hat ganz viele Quests, die sehr MMO-like sind und teilweise anstrengend sind und einen wirklich nerven und so weiter. Aber Lost Ark hat etwas, was ich so feiere. Ich liebe es einfach, in dieser Story gerade wirklich aufzugehen, zwar die Nebenquests zu machen, diese Neben-Storylines teilweise mitzubekommen, aber eigentlich versuche ich immer nur dann, wenn es die Hauptgeschichte anbelangt, wenn es um die Hauptkampagne geht, dann versuche ich wirklich aufzupassen, dann versuche ich da wirklich drauf zu achten. Und meine Hoffnung ist, dass Diablo 4, weil es noch mehr Action-RPG ist, weil es noch mehr eigentlich mehr in dieses, ich sag mal, Story-Heftige gehen sollte, also noch mehr ernste Story, harte Story, eine verruchte, eine böse, eine bösartige, eine zutiefst traurige, eine depressive Welt. All das, was ich damit so verbinde, was ich schon in der Beta so gefeiert habe, da freue ich mich so sehr drauf. Das heißt, ja, dieser Talk bezieht sich nicht auf das Gameplay. Das gehört natürlich dazu, wenn es um die Story-Dungeons geht. Aber es geht mir vor allem darum, warum ich diese Story gerade so feiere in Lost Ark. Und warum ich mir vorstellen kann, dass ich solche Momente, so ein, ich sag mal, ein Mitgenommen-Sein im Positiven, dass ich so etwas definitiv auch in Diablo 4 haben werde. Und ja, ich spiele das gerade aktuell alleine, aber ich bleibe dabei, Diablo 4 zusammen, sag ich mal, zu zwei, zu drei oder zu vier Personen, wenn du gemeinsam die Story erlebst, wenn keine Ahnung davon hat, das nimmt einen mit. Ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Und dennoch werden wahrscheinlich die meisten alleine spielen. Ich erlebe gerade Lost Ark alleine. Und ich finde das gar nicht so schlimm. Ich fühle mich so ein bisschen mehr wie bei Final Fantasy XIV, da war ich auch alleine. Leider kommt das Spiel bis jetzt so im Twitch-Stream nicht so gut an. Gut, ich streame meistens auch in der Nacht oder so spätabends. Das geht leider nicht anders. Ich könnte gleich ein bisschen früher streamen. Aber an sich sind die Views nicht so toll. Aber, naja, dafür sind dann teilweise ja die YouTube-Videos ganz, oder die YouTube-Video-Likes, beziehungsweise Views ganz okay. Also ich kann einfach nur sagen, Lost Ark ist gerade das perfekte Spiel, um mich auf Diablo 4 vorzubereiten, weil es eine ernste, eine durchdachte und einfach eine, ich sag mal, übergeordnete Story gibt, die man genießen kann. Man hat schöne Cinematics. Das ist alles nicht auf dem Niveau, wie es eben einen Blizzard hinbekommt, hoffentlich in Diablo 4. Aber das ist ein Niveau, mit dem ich sehr gut leben kann. Und wenn ich durch die Welt reite, wenn ich mit dem Pferd rumspringe, wenn ich teilweise mir die Skins anschaue im Shop, ich habe Gott sei Dank noch kein Geld ausgegeben, aber wenn ich mir dieses Skin oder dieses Mount ansehe, dieses total, ich sag mal, grau gehalten, das sieht so schön aus. Und wenn ich mir einige Skins anschaue, also Lost Ark ist Free-to-Play und natürlich verleitet es dazu, Geld auszugeben, aber bis jetzt habe ich keinen Cent dafür ausgegeben und ich bin total drin. Ich finde vieles total übertrieben und vieles davon würde ich auch kritisieren wollen, aber in diesem Video geht es ja nicht um Lost Ark, sondern um Diablo 4. Ich glaube nämlich, dass Diablo 4 in vielem noch besser wird als Lost Ark, was das Storytelling anbelangt, was die Cinematics anbelangt, was die Musik anbelangt, was dieses große Ganze anbelangt. Aber um sich in dem Sinn darauf vorzubereiten, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sein könnte, ist, glaube ich, Lost Ark gerade zumindest für mich das perfekte Spiel. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Wie gesagt, es geht nicht um den Aspekt MO versus Action-RPG mit MO-Elementen. Es geht mir vor allem darum, Lost Ark als Beispiel für eine stringente, eine gut durchdachte Story bei einem, ja, MMO, aber in ISO-Perspektive mit, in dem Sinne, einem klaren Fokus. Und das erhoffe ich mir auch von einem Action-RPG mit MO-Elementen, in dem Sinne eben von Diablo 4. Das war es auch schon. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht diesem Talk ein bisschen was abgewinnen. Ich denke mal, es wird hier so in, eher in Richtung irgendwie wieder, ja, all das in, ja, rund um Diablo 4 in dem Sinne gehen. Das heißt, eher in diese Story oder was dieses Genre mit mir gemacht hat Richtung und nicht so zu sehr Gameplay. Ich muss noch nicht, muss noch mal schauen. Macht's auf jeden Fall gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte liken, kommentieren. Und wenn es euch ganz gut gefallen sollte, natürlich auf jeden Fall auch abonnieren. Macht es gut. Bis zur nächsten Ausgabe hier in der höllisch glühenden Quatschfabrik und sonst hoffentlich generell hier auf Quatschfabrik auf YouTube. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski.